Läuft es bei euch auch so, dass jeder was anderes macht, als im Unterricht aufzupassen? Durch ständigen theoretischen Unterricht fällt das jedem schwer. In der Metall 2 wird uns durch computergesteuertes drehen, fräsen, dreidimensionalen Zeichnungen am PC, und Spritzgusswerkzeugen, das selbstständige Denken und die praktische Arbeit schon früh beigebracht. Hier lernen wir die Werkzeugfertigung von der Idee bis zum fertigen Produkt kennen. So wird uns die Möglichkeit geben, Theorie und Praxis zu vereinen und das Lernen im Unterricht gleichzeitig zu vereinfachen. Praktika, wir sind die Metall 2. Bis zum nächsten Mal.